Ja, moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Episode zu Tom Prumble. Uns hat das Spiel so gut gefallen, dass es jetzt hier nun Folge 2 gibt mit mir und dem Spritzkuss. Also Nibiru ist heute wieder am Start. Jetzt wo ihr das Video seht, ist wahrscheinlich Folge 1 noch nicht mal draußen. Das ist schon aufgeplant gestellt, aber noch nicht hochgeladen. Und wir haben im Moment keine oder wenig Spiele, die wir jetzt hier zusammen zocken. Ja, aber Tom Prumble macht schon Bock, ist schon ganz cool. Aber wir sind nach wie vor immer noch die einzigen, die hier zocken. Witzigerweise irgendwie. Wie E und E. Ja, ne, keine anderen Spieler. Das ist sehr komisch, weil ich habe schon Videos gesehen oder generell Screenshots. Da waren einfach 20 Leute oder so. Äh, irgendwie. Am fighten und so. Vielleicht sind wir auch den falschen Server, I don't know. Das kann auch sein, aber man kommt ja, man kann ja, man kann sich ja nicht mehr richtig Server auswählen. Also. Aber, naja, gut. Ach, du dreckiger. Ah, Digga, ich habe nichts gesehen. Ich habe dir eine Falle gestellt, mein Freund. Ach, das war es sogar schon. Okay, nice. Ah, aber ich mache dir das Leben jetzt hier zur Hölle, weil ich habe mehr Geld. Ich habe mehr Geld. Und, nochmal zur Erklärung, wie Leute diese vielleicht erstmal reinschauen. Das ist alles, das sind alles, ähm, wow, wow. Das sind, das sind alles erstellte, ähm, Maps von der Community. Jeder kann eine eigene Map erstellen. Und, wir sind hochgekommen, Alter. Ähm. Ich habe keine Ahnung, Alter. Und ja, wir müssen immer so ein Kristall einsammeln, oder halt nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir ja irgendwie ans Ziel kommen. An, an dem. Wow. Ich komme hier nicht mehr weg. Wir müssen, ähm. Ach, du. Ah, das ist so ein Level. Ach, du meine Güte. Okay, wir müssen irgendwie ins Ziel kommen. Wir haben keine Zeit mehr. Wo wäre denn das Ziel gewesen? War das wieder unten, oder? Ich habe es nicht gefunden. Du warst direkt daneben, du Vogel. Oh, Mann, ey. Du unten, nicht oben. Oh, das war knapp. Oh. Was mache ich denn da? Nein. Eingekesselt, Mann. Ja. Eingekesselt. Von diesen komischen, äh, Dingern. Nein, ich brauche noch den Kristall. Oh, mein Gott. Ihr habt den nicht gesehen. Ich habe den einfach nicht gesehen, diesen blöden Kristall. Oh, Mann, ey. Weil du unten langgelaufen bist. Weil du unten langgelaufen bist und ich oben. Ich habe den gar nicht gesehen. Geil. 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 Aber leider hast du es noch geschafft. Ja, Gott sei Dank. Ja. Geil, Mann. Okay, wir haben beide gleich viel. Wir haben beide 47 Punkte. Geiler. War diesmal, war diesmal eine etwas, ähm, kürzere Runde gewesen. Gewesener. Ähm. Gewesener. Okay, also für weitere Kleidungsstücke. Ja, ich finde das Geld ist ein bisschen zu hoch angesetzt. Ja, ne. Wenn du dir jetzt 500 Runden spielst, um das Geld zu sammeln. Ja gut, ich weiß nicht, ähm, äh, inwieweit man mehr bekommt, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Ich glaube, das ist so, dass du pro Goldstück eins kriegst oder so. Minecraft! Yo, Minecraft-Freundi! Ah, das ist ja jemand. Ja, ein Ender-Drache! Wie witzig ist das einfach nur. Oha, da unten ist ja was Geiles. Beim Schild hast du ein Easter Egg verpasst. Denkst du, du triffst mich damit? Das bewerte ich einfach mal. Ich hab's mal als Fuss gemacht. Das Level war cool, ne? Also die Idee. Coole Sache auf jeden Fall. Ah, Digga, ich rutsch noch auf dieser Schade. Geil! Klein, aber fein das Level. Ja, ich klemme wieder. Ich klemme. Ich hab immer noch meinen chronischen Husten. Ah, Digga, die Map geht mir so auf den Sack. Geil. Okay, vielleicht sollte ich auch nicht wie ein Behindertal springen. Ich hab auch, glaub ich, mehr oder weniger Glück gehabt. Okay. Das Game ist ja auch 700% glühe. Ohoho! Ach, ne. Hey, was soll man denn hier machen? Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, nö! Ach, nö! Hä? 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 Wo bin ich? Bin ich denn jetzt zerreckt? Wo bin ich? Hä? Hä? Wo bin ich? Hä? Wo bin ich? Ich hab keine Ahnung. Ich bin einfach weg gewesen. Hä? Hä? Okay, die Runde geht dann dicht mit 101 zu 96. Aber das, ey, das Minecraft-Level, das war cool. Mit dem Ender-Drachen und so. Digga, das ist so ein sick wie... Sickie, wickie. Ich will nicht wissen, wie viele, wie viele, äh, Level das Spiel so beinhaltet, ja? Wie viele Level man hier spielen kann, weil bis jetzt war, bis jetzt war wirklich jedes Level anders. Also ich kann mich jetzt an kein Level erinnern, was wir mal doppelt hatten. Das sind ja auch User-Level. Ja, ja, aber irgendwo muss ja auch Schluss, irgendwann muss man doch mal, irgendwann muss man doch mal, irgendwie mal eins mal, irgendwann muss ich ja auch eins mal wiederholen, ne? Also es gibt denn hier unendlich. Aber gut, wir spielen ja jetzt auch irgendwie erst, weiß ich nicht. Wir spielen gerade mal so 10, 20 Runden oder vielleicht 30. Eine knappe Stunde oder so. Oh! Warum kriege ich den? Hä? Das ist ein Spieler, Daniel! Das ist ein anderer Spieler! Ach, jetzt verstehe ich... Jetzt verstehe ich, der, der, der Affe, der hat nur zwei Leben. Wenn du mit dem Affen tot bist, dann bist du tot. Alles klar. Das ist mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Dings nicht so, mit dem Zombie. Ich muss sagen, jetzt wird das 1 gegen 1 doch überschaubarer. Warum kann der so eine Scheiß werfen und die nicht? Jetzt wird's auf jeden Fall interessant, weil der Typ jetzt mit dabei ist. Ja, aber er ist nicht so gut wie wir, ne? Er wirft Kisten, er wirft Müll. Jetzt mal so ein, so ein, so ein, so ein Match zu dritt, äh, äh, hatten wir so auch nicht. Aber da kannst du mal sehen, wie wenig Leute das Spiel eigentlich spielen, letzten Endes, ne? Was total schade ist. Oh nein! Fuck, ey. Der Typ ist wieder rausgegangen, glaub ich. Ne, ich glaub, der ist verreckt als Affe. Nein! Ich glaub, der Typ ist als Affe verreckt. Ach so. Und die Besten, die dürfen nicht duellieren, oder wie? Wir können das Scheißding ja gar nicht einsammeln. Ach, wir müssen uns einfach nur fertig machen. In dem Sinne. Ah, ne, du hast den, nein, du hast den Diamanten. Diamanten! Alter, was geht denn da ab, Mensch? Muss ich ins Ziel kommen? Lass mich hier durch, bitte. Was muss ich machen? Oh, ne? Was muss ich denn machen? Ja, keine Ahnung. Es öffnet sich! Iiiiioh! Ich glaub, der ist trotzdem gewonnen mit 171 zu 138. Oh, der Spritzkuss, der Spritzkuss. Digga, die des Minecraft-Sounds die ganze Zeit. Ich find' den Affen aber nicht so geil, irgendwie. Ich will den nur aufhören. Wenn, äh... Nächste Stufe. Wenn der, äh... Wenn man da nichts machen kann, ne? Der lebte nur einmal und dann war's das. Der muss halt ein bisschen besser werden, ne? Das ist ein bisschen doof. Weil, nach dem Monkey kriegst du den Werwolf. Nach dem Werwolf kriegst du den Ghosh. Nach dem Ghosh kriegst du den Minotaure. Nach Minotaure kriegst du den Skeleton. Nach dem Skeleton kriegst du den Sorcerer. Nach dem Sorcerer kriegst du den Vampire. Okay. Wenn ich da hingehe, das könnte so ein Dauerbrenner zwischen uns werden, das Game. Wir wissen eh, wer gewinnt. Ich werde jetzt mal hier, äh... Das die Mumie nehmen. Ich muss mal meinem was anziehen. Das sieht ja... Alles klar. Aber du konntest du deinen Charakter individuell gestalten? Ja, wenn du unten rechts aufs Bild klickst, kannst du dem... noch so Sachen anziehen. Ah. Boah. Ich verstehe. Ach du Scheiße. Oh nein. Digga. Hauptsache ich schrette dich. Schnell. Muss schnell sein. Oh Gott, das war knapp, ey. Das war sowas von knapp mit der Plattform, ne? Alter. Die Plattform, Daniel. Oh. Wow. Wow, wo bin ich denn hingeflogen? Ich habe nur Blut gesehen. Aber dich hat es richtig hoch katapultiert. Ah, das brauchen wir. Oh, tut dreckiger. Was ist denn? Wo? Ah, nein! Was müssen wir machen? Wir müssen runter, ne? Hä, wie soll man die Scheiße denn schaffen, darüber? Hä? Müssen wir jetzt warten, bis das Ding runterkommt? Wir müssen ja auch irgendwie, nee, wir hätten uns steuern müssen, glaube ich. Hä? Äh, irgendwie müssen wir zum Kristall. Hä? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn, das Scheiße. Was ist denn das für ein schlechtes Level, bitte? Ich habe es einfach für die Dislike für die Scheiße. Das sieht richtig gut aus. Oh. Oh. Okay. Der eine fängt da an, der andere da. Ich frage mich, wie wir diese Items benutzen können, ne? Oh. Oh, ich glaube ich ein bisschen schneller als du. Nein! Warum ist denn... Warum ist der nicht mit? Der ist nicht mit. Ja! Warum? Guck mal, der geht gar nicht mit. Du musst dich mitsteuern. Verdammt, der ist nicht automatisch mit, ich dachte. Digga, das ist so geil. Das ist so geil. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. So geil, so geil. 49 habe ich Lust, 41. Beste. Ich weiß auch nicht, warum ich immer um den Shop schaue, aber... Angewohnheit. Wie kann man diese Items schmeißen? Hairstyles. Okay, ich kann meinen Hairstyle kaufen. Afromäne. Ich habe mir jetzt einen anderen Hairstyle gekauft. Die Plattform dreht sich, ne? Ah doch. Die dreht sich wirklich. Wir schaukeln, oder? Ja, wir schaukeln. Ach du. Jetzt hier unten drunter durch, oder was? Du dreckiges Arschgeigen. Viech. Das ist doch eine gute Map. Da hat er mich. Och, Lava. Ich sehe schon wieder Lava. Oh, Digga, ich hasse es. Ich weiß. Warum ist denn jetzt ne Kiste? Oh, oh! Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott, Daniel! Oh, 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 oh! Alter! Mit den ganzen Flammen dann aber auch noch. Ich habe es irgendwie durchgeschafft. Ach du, guck mal, hier ist ein Endgegner. Sozusagen. Was? Hey, der hat mich weggeschossen. Der zerflippt dich. Ach du. Oh, das sind ja noch Fallen. Oh, danke. Komm schon. Ja. Ey, das war super nett von dir. Ich brauche den Diamanten. Ich brauche den Diamanten. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Du bist so dreckig. Du bist so dreckig. Junge. Einfach volle Endgegner. Diamanten sind mir Diamanten. Erinnerst du dich noch ans Video? Ja. Diamanten. 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 Ich habe mich verausgerastet. Ich schwöre. Ich schwöre, Mann. The Monkey is the Monkey. The Super Monkey. Ich erinnere mich noch an deinen Tropical Craft LP in Minecraft. Das ist ewig, ja. Das ist mittlerweile fast zehn Jahre. Ey, Leute, guckt mal. Wir schreiben hier 100 Leute am Tag an. Ich habe tausend Leute aus, Sky. Was habe ich denn das mal gesagt, Alter? Das hast du in irgendeinem Video mal eingebracht. Echt? Voll egoistisch. Und so. Uh. Ha. Nee, Digga. Warum gehe ich so ein dummes Risiko ein? Krieg mir's zurück. Oh. Du kommst nicht mehr hoch, ne? Der schmeißt eine Banane in die Dreckige! Ich glaube es ja wohl. Schmeißt du mich einfach mit einer dreckigen Banane ab? Digga. Alter, das muss auf jeden Fall deine... Davon muss ich mir auf jeden Fall... Davon erstelle ich mir auf jeden Fall einen Short. Digga. Dieser Skillshot mit der Banane. Das musst du dann auch mal schaffen, ne? Mit der Banane, Alter, killt der mich, ey. Was? Scheiße. Jibiii. Boah, die geschafft. Bin ich einfach da oben gegen gefratzt, oder was, Alter? Ja, da kam auch noch gerade die Stachel hinzu. Oh, Mann, ey. Oh, Digga. Ich bin auch so rein, wie ein Idiot. Eeeeh. Geil. Oh! Oh! Boah! Wo kommt denn das Scheiß-Ding auf einmal her? Digga, ich bin komplett tot. Damit hab ich überhaupt nicht... Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hab damit überhaupt nicht gerechnet, dass da auf einmal so eine Scheiß-Kugel kommt. Oh nein. Ernsthaft, hab ich mich jetzt selber gekillt, oder was? Ne, die kommen regelmäßig wieder. Junge! Digga, ich stolper hier. Was geht denn hier ab, bitte? Ich will den Diamanten haben. Mit den Diamanten. Ich hoffe, diesmal wirst du den kriegen. Was muss ich denn machen als Geist? Einfach nur rumfliegen. Ah, jetzt bin ich der Geist. Jetzt kann ich dich foltern. Und zersetzen. Oh. Ich kann dich zersetzen, Daniel. Man darf die Fallen auch nur einmal auslösen, ne? Nee! Ach so. Man kann die Fallen echt nur einmal auslösen. Das ist halt echt ein bisschen... Naja, aber... Oh man, nein, du darfst nicht. Du darfst es nicht, Daniel. Du darfst es nicht. Okay, man, als Geist darf man wirklich nur einmal die Fallen auslösen. Ja, jetzt weißt du, wie viel geht, ne? Okay, du hast... Und er hat natürlich gewonnen. 155, ich hab 147. Der Spritzkuss hat gewonnen. Der Spritzkuss. Zum zweiten Mal in Reihenfolge. Kann ich denn jetzt meine Haare ändern? Hm, ach da, guck mal. Nice. Kann ich mir das Stürmern trotzdem aufsetzen? Hm. Das Stürmern ist wirklich nur für die anderen Haare jetzt gespeichert? Ernsthaft? Wie bescheuert ist das denn? Ah, ich muss Level 3 mit dem Monkey schaffen, aber ich hab jetzt mit dem Affen einen Double Jump. Ja? Ja. Ich hab mir jetzt eine Haare gekauft. Ich bin jetzt rothaarig. Endlich der rothaarige Zweck. Ach du Scheiße, du siehst sehr, sehr weird aus. Weirdo, weirdo. Und der Affe kann einfach, äh, 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 Bananen schmeißen. Nee, das... Nee, das... Es gibt so Unpackings und dann kannst du so Sachen mit 1 und 2 werfen. Und du hast den Verwoll freigeschaltet. Du hast Level 3 mit dem Affen. Denk ich mal. Ah, das ist geil. Direkt schon ein episches Level. Ah, Digga, da kann ich aber auch nix mehr machen. Zurückspringen geht da nicht. Oh, jetzt bin ich gegen die Kante gekommen. Ernsthaft? Was ne Scheiße. Oh, ernsthaft? Ach, der kann ja noch weiterlaufen. Ich dachte wegen dem Blut, das wär mit Lava irgendwie. Oh, ah. Nur hat eigene Blödheit hier, wirklich. Ach, Mann. Digga, das kannst du doch keinem erzählen, Simi. Die blöden Stacheln, ne? Die Stacheln. Alles klar. Ach du. Die noch hatten wir zum Beispiel schon mal. Ehrlich? Die hatte ich schon mal. Zu 100 Türen, ne? Das ist wie Minecraft, Junge. Minecraft Double Jam. Sobald du einmal den Faden rauskriegst, hast du den raus. Aber du hast den auch nicht raus, ne? Oh. Oder du dringst auf den Kloch. Kann ich auch machen, oder? Warte. Warte, warte. Ja, ne, du musst mitlaufen. Ja, die Map hat mir gefallen. Die hatten wir aber schon, ja? Die hatte ich schon mal gesehen, ja? Ja, die. Ach du. An die kann ich mich aber auch erinnern. An die kann ich mich auch erinnern, Daniel. Warum ist denn die Reichweite so weit von dem Scheißding? Oh, du bist ein kleiner Hundesang. Ah, ist das geil. Ah, dreckiger. Oh, die spielt auch schon vom Anfang wieder, ne? Das ist so. Nicht wieder vom Anfang. Ach, jetzt hat er das. Jetzt hat er das. Verdammt. Verdammt. Ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt aber halt echt nicht so viele Level. Ja, kommt auf die Community drauf an, ne? Ja, weil wir jetzt halt schon Level hatten, die wir schon hatten. Ja, einmal. Das ist aber ein sehr beliebtes Level. Das musst du halt auch dazu sagen. Sehr beliebt. Kennst du die eine Map, die Klaus, Klaus, Klaus heißt? Klaus, Klaus, Klaus. Klaus, mir mal. Der Autismus-Kiakt. Aber das muss auch mal sein. Ich denke, wir sind jetzt bei 24 Minuten. Oh, oh. Och, nö. Och, nö. Och, die Türen. Alter. Nein. Was ist denn das für eine Map, Alter? Ach. Du warst eine Millisekunde schneller als ich. Was für ein Scheiß. Aber coole Idee. Hast du mal Molotow gesehen? Ach, nein. Ach, Mann. Jetzt dauert es ewig, er die Scheiße zurückkommt. Kacke. Oh, du Wichst. Nein. Kacke. Sieht so einfach aus, das Level, aber ist es nicht. Ach, jetzt kommt doch mal her. Hier, Mensch. Nein. Du dreckiges. Ah. Dieses doofe Level. Der Doppelsprung. Der Doppelsprung, Simi. Ah. Was ist denn das? Oh. Oh, was geht jetzt ab hier? Oh. 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 Ach, das Dinger katapulieren nicht hoch. Oh. Welche Dinger? Oh. 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 Man muss nach oben gedrückt halten, wenn der automatisch springt. Wie beschert ist das denn? Was ist denn das für ein blödes Level? Ach, guck mal, da macht jetzt wer mit. Guck mal hier. Chair 330. Also wie gesagt, nach wie vor, Leute, wenn irgendwer von euch Bock hat, mal mitzumachen, kann er das ja gerne mit spielen. Ich weiß, ich könnte tatsächlich einen dazuholen. Wen? Was? Als ob ich ihn dazuholen kann. Für Folge 3. Aber ich denke, da wird keiner mehr erreichbar sein. Hu, 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 hu. Einfach der Lach kickt die Runden hier. Was? Erst die Banane. Die Banane ist kompletter Killer gewesen. Chair ist raus. Nee, der scheint doch drin zu sein. Nee. Zumindest steht der da noch in der Liste drin. Nee. Warum gehen die denn immer alle direkt raus? Weil es wahrscheinlich zu lange dauert. Oh. Was? Ich bin einfach eingefroren gewesen. What the hell? Und wie soll man das denn schaffen? Wie soll man das denn jetzt mal for real? Wie willst du das denn schaffen? Und ich schaff's direkt. Ich schaff's direkt. Timing, Daniel. Das ist alles eine Sache von Timing. Ah? Mein Bruder. Gib dir gleich, mein Bruder. Oh, so Glück gehabt, dass ich da noch reinkam. Boah, die sieht aber richtig abgefuckt aus, die Map. What the fuck? Hä? Oh, ich hab's geschafft. Hä? Ja, und ich krieg hier so eine gale Scheiße. Oh. Scheiße, dieses Spiel, ey. Wird erst mal komplett herumkatapultiert, ey. Du bist einfach nach oben gerade übertriert und zermalmt Ist das so ein Kopf-an-Kopf-Frennen, dass wir jetzt hier gerade Ach, das sind drei Runden, guck mal, wenn du genauer da oben hinguckst Dann siehst du so viel, wie oft jeder gewonnen hat und so Oder? Ja, das sind die Runden Oh Oh Gib mir den Diamanten Oh Gib mir den Diamanten Ja, gib ihn mir Ja, nice Ich habe ihn bekommen Ich habe ihn bekommen Jetzt versuch zu entkommen, mein Bro Ja, kein Problem Oh, guck mal, ich kann richtig schön fallen stellen Ja, aber keine guten Doch Komm schon, komm schon Mach doch noch irgendwas Ja 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 Aber viele Möglichkeiten habe ich jetzt nicht mehr Oh, das hätte das werden können Ja, ja, ja Äh, das hat mich ja nicht mal berührt Ja Was hat mich nicht mal berührt Ja, aber du hast trotzdem gewonnen Aber wie ich gewonnen habe 180 Punkte sind wieder, würde ich mal malen So, äh, last round, würde ich sagen Ich habe ja jetzt schon Ich habe ja jetzt schon Ach, wir können noch eine, können wir noch Eine können wir noch machen jetzt Ähm Ich habe ja jetzt schon zwei Highlights, ey Also Wahnsinn 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 Ich bin ja mal gespannt, wie viele Folgen Wir letztendlich machen Oder wie lange wir spielen müssen Damit wir Damit wir, äh, damit wir merken Ähm, okay Jetzt haben wir alles schon gespielt Ne Weil, ich meine So viele Leute scheinen es ja wohl nicht zu spielen Irgendwie Aber es gibt jede Menge, äh, erstellte Karten Irgendwie Komisch Bist du noch da? Ja, ich bin noch da Aber ich sehe sehr interessant aus Äh, aber wir spielen mit jemandem, guck mal Da ist jemand dazu gekommen Mit Ghost Noch ein, äh, noch 5 XP Dann bin ich hier der Affenmensch Dann habe ich den Werwolf Jemand dazu gestoßen Können wir hier mit ihm schreiben Oh, Mai Wah Shinderu Ich gucke gerade wegen Oberteil Aber das Spiel ist so pixelig Dass ich erkenne da nicht wirklich einen großen Unterschied Bin ich ehrlich Gibt's weiße Hose Okay Ach, nein Oh, nein Oh, oh Wow Alter, wie du geflogen bist Wie du geflogen bist, ne Ah, oh Gott Oh Ja Geil Oh, die Spikes Ich habe gerade den Spike losgelassen Ja Level Werwolf Level Werwolf Kollege Kollege Werwolf Stufe Hier Ach, wir müssen da hoch Boah, danke Ach, das funktioniert einfach nicht, Mann Man sieht hier aber auf der Welt ja nix Kann ich da oben Oh, Mann Oh, also die Welt ist total beschissen Dieser Sprung am Anfang vor allen Dingen Man kann das eigentlich echt nur so So machen Hä, ich stecke fest Oh Was ne Schei Ach, da kann ich da oben drauf springen Oder? Nee Warte, ich spring jetzt hier rüber Die Welt hat mich geholfen Oh, Mann, ey Jetzt erst geschafft, Mann Ach, Simi, das ist doch alles normal bei dir Oh, Gott Oh, 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 nein Oh Verdammt Ach, jetzt komm ich hier nicht hoch Ernsthaft Komm ich hier jetzt hier nicht hoch? Oh, Scheiße Oh, Mann Jetzt komm ich hier hoch Ah, der Ghost Der denkt, der kann mich hier austricksen Der will sich spielen Ah, zwei Sekunden noch Aber ich schaff's nicht Oder? Ach, ich krieg den Bonus Oh, du hast die Wiese zurückbleiben, Junge Du hast 70 für bei deinem 45 Das war's sogar schon Naja Nach wie vor hat mega Bock gemacht War richtig cool Ich würde mal sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bei Jump Rumble War richtig cool Also, Leute Bis dahin Macht's gut Ciao, ciao